Der deutsche Volleyballmeister Berlin Recycling Volleys ist vorzeitig in der Champions League gescheitert. Am 5. Gruppenspieltag gewann der Bundesliges beim belgischen Meister Grignard Marseille nach harten Kampf und 0 zu 2 Rückstand 2, 3 zu 2, 22 Uhr 25, 20 Uhr 25, 31 zu 29, 25 zu 22, 15 Uhr 13, hat in der Gruppe D aber mit 5 Punkten keine Chance mehr auf den Einzug ins Viertelfinale. Die 5-Gruppensieger und die 3-Besten-Gruppen-Zweiten kommen weiter. Punkt. Es gibt in Sechser-Kentier-Gin-Kotile, 9 Punkte, Schaumen-VB 10 und Dynamo-Moskau, 9, 3 zweitplatzierte Teams, die Berlin nicht mehr überholen kann. Punkt.